Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit einer bizarren Attacke auf seine Kontrahentin Kamala Harris Empörung ausgelöst. Harris habe lange ausschließlich mit ihrer indischen Abstammung geworben und sei dann plötzlich schwarz geworden, behauptete Trump bei einem Auftritt vor der Nationalen Vereinigung Schwarzer Journalistinnen in Chicago. Dort gab sich der Republikaner insgesamt aggressiv, brachte weitere Attacken gegen Harris vor und ging auch die schwarzen Moderatorinnen scharf an. Trump platzierte seine Offensive kurz vor dem heutigen Beginn einer mehrtägigen Online-Abstimmung, mit der die US-Demokraten Harris bereits vor ihrem Parteitag in Chicago Mitte August offiziell zur Präsidentschaftskandidatin küren wollen. Sie soll bei der Präsidentschaftswahl im November gegen Trump antreten. Sie war immer indischer Abstammung und hat nur mit ihrer indischen Abstammung geworben, sagte Trump bei seinem Auftritt über Harris. Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor einigen Jahren plötzlich schwarz wurde und jetzt will sie als Schwarze bekannt sein, so Trump. Der frühere US-Präsident sagte dann, also ich weiß es nicht, ist sie indisch oder ist sie schwarz? Er respektiere beides, behauptete Trump, um dann nachzuschieben. Ich glaube, das sollte sich jemand anschauen. Harris ist die erste Frau, die erste Schwarze und die erste Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat. Sie wurde in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter, eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin, kam aus Indien in die USA. Trump behauptete in Chicago auch, Harris habe ihr Jura-Examen nicht bestanden, was ebenfalls nicht stimmt. Harris war erste Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und später die erste Justizministerin in ihrer Heimat Kalifornien. Politische Kommentatorinnen und Kommentatoren auch aus dem republikanischen Lager beklagten, Trump verkrätze auf diese Weise nur potenzielle schwarze Wählerinnen und Wähler. Ein nicht namentlich genannter republikanischer Abgeordneter sagte dem Nachrichtenportal Axios, Trumps Auftritt sei furchtbar gewesen. Das Weiße Haus reagierte empört auf Trumps Aussagen. Sprecherin Karen Champier nannte die Äußerungen beleidigend und abstoßend. Harris selbst ging nicht im Detail auf die Angriffe ihres Kontrahenten ein. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Texas sagte sie, Trump habe in Chicago die gleiche alte Show von Spaltung und Respektlosigkeit abgeliefert und ergänzte, das amerikanische Volk hat etwas Besseres verdient. Trump hatte bereits 2020, also vor Harris' Amtsantritt, rassistischen Verschwörungstheorien über die Demokratin Raum verschafft. Darin wurde angezweifelt, ob sie überhaupt Vizepräsidentin werden dürfe, weil ihre Eltern bei ihrer Geburt noch keine US-BürgerInnen gewesen seien. Schon Jahre zuvor hatte Trump sich an Verschwörungstheorien beteiligt, die Ex-Präsident Barack Obamas Geburtsort und damit seine Qualifikation fürs höchste Staatsamt infrage gestellt hatten. Trump war damals ein prominenter Vertreter der Falschbehauptung, Obama solle in Kenia geboren worden sein. Der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten kam allerdings im US-Bundesstaat Hawaii zur Welt.